so wir haben so viel nahrung dass der becker sie einlagern muss auch ein zweifamilienhaus ja bau sein eigenes zweifamilienhaus mal bitte fertig ja so kannst du es von mir aus auch fertig bauen indem du einfach drum herum gehst sehr gut kannst du ja beim bau der täpferei helfen ja die täpferei wird gebaut sehr schön hier wird echt nichts mehr gemacht ist aber auch schon mal gut dass keine weiteren indianer krieger kommen und wie ich gesagt habe er schnappt sich jetzt von hier oben walzen da wir jetzt aber schon wieder eine überproduktion beim bäcker haben ach ja hätte ich fast vergessen du musst ja noch hier einziehen so wie sieht es mit obdachlosen aus bis jetzt keine mehr hungrigen kriegern kinderlos an aus du hast nun bis jetzt ein kind ja so ich denke mal du könntest jetzt mal schuster lernen die besucht einfach mal schuhe und mass produziert aber ja ist erst mal was sie hat hunger und sie ist müde das heißt sie wird auch gleich von der nahrung die sie einige die sie kocht essen danach könntest du dich mal um einen jungen kümmern genau weggefuttert tüpferei ist fast fertig und du hast auch hunger so so unsere tüpferei ist fertig das heißt du tüpferst jetzt so schuhe werden hergestellt gut 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 We gut 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 so jetzt dürfte hier eigentlich alles wieder normal laufen wir haben bald wieder unsere autarkie erreicht also unseren stand dass wir zivil gesehen alles versorgen können weil wir stellen schuhe her die müllwerkstatt wird gebaut der tüpfer ist auch bei dem betrieb denke ich mal du musst noch alt genug werden damit unseren lebensammlertöpfer steinmetz heiraten kannst nahrung wird jetzt wirklich im überfluss produziert ich habe einen schuster der langsam schuhe heranbringt also hat die vier grundsachen nahrung schuhe also nahrung geschirr möbel und schuhe werden schon mal hergestellt beziehungsweise wir sind kurz davor alles andere jetzt mal abgesehen vielleicht von eisenwerkzeugen ist militärisch ja becker hat zu tun sieht's mit dir aus du bist bald level ab also hast bald den meisterbrief bitte liefer die nahrung ins hauptlager danke okay ja 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 naja es gibt nahrung zuglück dort im hauptlager auch wenn sie da nicht so nahhaft ist wie zu hause so dass wir dann unser zweiter farme ja wir haben fast das ganze weizen hier oben aufgebraut die haben keine fische mehr ja er hat schuster erfunden dann mach noch ein paar schuhe weil wir brauchen schuhe so wie wir auch geschirr brauchen kann sich dann ruhig ein bisschen von dem leder aus dem jägerzelt bedienen ja 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 aber ja leere kriegstürme bringen denen nicht viel kaum soldaten haben bringt ihnen aber auch nicht gerade viel mhm entweder wollen die nicht so wirklich weil wir frieden mit ihnen haben ja die träger erfunden ist sehr gut ja 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 okay wer hat sich die ersten das erste geschirr gekrallt das war das zwei familienhaus so du bist erwachsen das heißt du kannst du so ein tipp verheiraten so unser tipp ist verheiratet unsere möbelwerkstatt ist auch bald fertig so Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. geguckt, ob ich Bogenschützen im Hauptlager einquartieren kann. Und ja, kann ich. Nur, hier kann ich keine einquartieren. So, Weststein ist hungrig. Ja, weil hier keine Nahrung mehr ist. Irgendwo würde er aber welche finden, hoffe ich mal. Ich helfe dir mal ein bisschen, da du jetzt schon Lebenspunkte verlierst und ich keinen Bock hab, dass du krepierst, nur weil du zu doof bist, um Essen zu finden. So, sie nimmt sich jetzt das Geschirr. So, ich denke, jetzt solltest du Nahrung finden. Da ist die Bäckerei, geh rein, ist. Das Essen ist sogar um. Schlag dir den Bau voll. Wir brauchen Geschirr von dir. Deswegen kriegst du das Essen auch. Das wäre übrigens so wirklich die perfekte Zivilisation. Alles ist umsonst, aber jeder arbeitet auch dafür. Oh, da ist halt im Militär. So, Möbelwerkstatt ist fertig. Das heißt, noch das Zweifamilienhaus. Gut, an dieser Stelle jedoch speichere ich mal wieder. Und da gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.